Herr Löbel, Sie selbst sind 31 Jahre alt, also damit passen Sie auch wunderbar in dieses Verjüngungsbild. Spüren Sie das denn auch, den Drang in der CDU, sich auch, was das Alter angeht, zu erneuern? Ja, wir sind mitten in einem Erneuerungsprozess innerhalb der CDU-CSU hier in Berlin. Wenn Sie sehen, dass die bisherigen CDU-Minister hatten ein Durchschnittsalter von über 63. Wenn jetzt diese neue Große Koalition zustande kommt, dann haben die CDU-Minister ein Durchschnittsalter von gerade mal 50. Dann ist nur Angela Merkel als Bundeskanzlerin noch 60. Ich glaube, das ist ein starkes Zeichen der CDU für eine Erneuerung, für eine Verjüngung im Kabinett. Aber ist denn Angela Merkel dann mit 63 Jahren überhaupt das passende Aushängeschild? Ich glaube, es geht darum, dass wir jetzt beides tun. Dass wir auf Erfahrung setzen, dass wir nicht auf Einzelpersonen setzen, sondern Annegret Kramp-Karrenbauer hat gesagt, der Star ist die Mannschaft. Und darum geht es jetzt. Und der Mannschaftskapitän ist Angela Merkel. Aber gucken Sie nach ins Saarland mit Tobias Hans, 40 Jahre Ministerpräsident. Daniel Günther, Schleswig-Holstein, 44 Jahre Ministerpräsident. Oder Jens Spahn, unser Hoffnungsträger als neuer Gesundheitsminister 37. Ich glaube, das ist eine gute Mannschaftsaufstellung mit Angela Merkel an der Spitze. Es sind ja aktuell sehr turbulente Zeiten, eben auch in Berlin mit der Regierungsfindung. Also es steuert jetzt alles auf die Große Koalition hin. Wie konnten Sie sich denn auch selbst jetzt aus Sicht der Metropolregion für Mannheim dort einbringen? Ja, wir warten natürlich alle gespannt auf das Ergebnis des Mitgliederentscheids. Und wir hoffen natürlich alle, und das kann man hier in Berlin spüren, aber auch in ganz Deutschland, dass die Menschen darauf hoffen, dass die SPD vernünftig entscheidet, damit Deutschland endlich eine stabile Regierung bekommt. Das heißt, Daumen drücken für diese Entscheidung. Und die letzten Monate waren natürlich aufreibend. Und man merkt auch, dass die Menschen einfach erwarten, dass wir jetzt hier im Deutschen Bundestag einfach unsere Arbeit aufnehmen. Ich bin in drei Ausschüssen nun tätig. Außen, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Kultur und Medien. Und die Arbeit hat jetzt eigentlich so richtig mit den Ausschüssen in den letzten zwei Wochen hier in Berlin begonnen. Weil die Welt wartet nicht auf uns. Und wir haben uns jetzt vier Monate Zeit gelassen, zu versuchen, eine Regierung zustande zu bekommen. An der Union hat es ja nicht gelegen. Wir wollten regieren schon von Beginn an. Nur die anderen tun sich damit ein bisschen schwer. Aber ich bin fleißig unterwegs in Mannheim und in Berlin. Und da gibt es ja für Mannheim einige Themen. Ob Sanierungsvorhaben, ob das Thema ICE-Neubaustrecke, da gibt es einiges zu tun. Da bin ich schon mitten an der Arbeit hier in Berlin für Mannheim. Also ein buntes Treiben in der Politik in Mannheim, aber insbesondere für Sie natürlich auch in Berlin. Herzlichen Dank für das Gespräch, Nikolaus Löbel. Beste Grüße nach Berlin.